Umfragen zeigen, dass sich immer mehr Konsumenten Gedanken über die Zukunft unserer Umwelt machen. Aber nicht nur Konsumenten, also Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind besorgt. Auch bei GOP befasst man sich seit Jahren mit ökologischen Problemen und hat eine ganze Reihe von Zielsetzungen unter der GOP Ökoplan Philosophie zusammengefasst. Produkte und Verpackung mit der Umwelt in Einklang bringen, das ist der Kernsatz der GOP Ökoplan Philosophie. Und bis heute finden Sie dann auch schon mehr als 2500 Produkte in unseren Läden, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Das heisst, dass alle diese Produkte umweltschonend produziert werden und dass Verpackung für die Umwelt so wenig Belastung wie möglich bringt. Als Beispiel möchte ich hier die kompostierbaren Eierschachteln erwähnen, Glasflaschen statt Getränkedosen, Rindenkompost statt Dorf, Milchbeutel oder Früchte und Gemüse aus umweltgerechterem Anbau. Aus umweltgerechterem oder naturnah angeboten Weizen ist zum Beispiel auch das Vollkornbrot von GOP. Die Bauern haben sich in diesem Fall verpflichtet, auf Wachstumsregler, Insektizide und Fungizide vollständig zu verzichten. Auch Dünger wird nur minimal eingesetzt und Bodenfruchtbarkeit wird so langfristig erhalten. Besonders abwechslungsreich und darum auch Spitzenreiter in den Schweizer Haushaltungen sind nach wie vor die Herdöpfel. Darum kommt GOP auch da den Anliegen von umweltbewussten Konsumentinnen und Konsumenten mit verschiedenen Produkten aus naturnahem Anbau entgegen. Die Herdöpfel werden auf speziell ausgesuchten Bauernhöfen nach vertraglich festgeleiten Richtlinien umweltschonend produziert und systematisch kontrolliert. Unter anderem werden die Herdöpfelstauden nicht abbrennt und auch ein wichtiges Argument, die Herdöpfel sind nicht mit Keimhemmungsmitteln behandelt worden. Auch die Produkte aus sogenannten integrierter Produktion sind mit dem GOP Ökoplan Regenbogen ausgestattet. Sie können sich im Laden also leicht orientieren und mit ihrem Einkauf dazu beitragen, dass sich umweltgerecht angebaute oder produzierte Produkte in Zukunft im Markt noch stärker werden durchsetzen. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Neuheit vorstellen, das mal aus der Arni Biscuitfabrik. Der Getreideriegel Rustico Soft ist ab sofort in einer neuen Zusammensetzung erhältlich. Neben Haferflocken, Haselnüsse, Weizenkeime und Pufftem Reis sorgen feine Aprikosestücke für fruchtigen Geschmack. Rustico Soft gibt es wie bisher auch mit Müsli und mit Apfel, alle übrigens in der preisgünstigen und praktischen Achterpackung. Am Anfang der heutigen Sendung durfte ich Ihnen die Grundsätze der GOP Ökoplan-Philosophie darlegen. Das neue Wullite Kompakt für alles Bunte und Feine kommt den Anforderungen von GOP an die Umweltverträglichkeit dieser Produkte entgegen. Das neue Wullite Kompakt. Die sanfte und sichere Pflege für alles Feine und Bunte. Wullite Kompakt auf Basis pflanzlicher Rohstoffe ist sehr ergiebig und schont daher die Umwelt. Das neue Wullite Kompakt. Viel drin, aber wenig drum. Weniger Verpackung bei Wullite gilt generell auch bei GOP. Dafür aber lieber mehr fürs Geld. Darum finden Sie in der GOP-Zeitung jede Woche eine ganze Reihe von Aktionsangeboten, die im Schnitt 20-25% günstiger sind. Wenn Sie also regelmässig darauf schauen und dann entsprechend einkaufen, kommt im Laufe der Zeit ein ganz netter Betrag zusammen. Ein Kilo Trauben Uva Italia kostet bei GOP nur 1,80. Und der 1-Kilo-Beutel Pommes frites von Goldstar gibt es für nur 3,20. Viermal 500 Gramm Spaghetti Napoli kostet nur 3,30. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese warmen Finken aus echtem Lammfell für ganze 19,90. Und noch eine letzte Aktionsmeldung. Auch Schweinix können wir Ihnen das Wochenende zum besonders günstigen Preis, nämlich 20% günstiger anbieten. Und zwar jedes Stück von Ihrer Wahl. Aktionen oder vielleicht in diesem Zusammenhang besser gesagt besonders günstige Menü unter 10 Franken gibt es übrigens regelmässig in allen GOP-Restaurants. Wir sind im neu eröffneten Restaurant im Stapfenmerit in König zu schauen, was die Woche auf der Karte steht. Lamm-Intercote Provençal mit Herdöpfel Savoyard, Bohnen und Tomaten vom Küchenchef mit viel südlichem Flair zubereitet, kostet während den nächsten 14 Tagen nur 9,90 statt 12,70. Wenn Sie also demnächst in die Gegend von König kommen sollten, würde sich ein Abstecher in Stapfenmerit schon wegen dem Essen lohnen. Wir haben alle Bekannte, Nachbarn, Mitarbeiterinnen oder sonst irgendjemanden, die uns jeden Tag kleinere und grössere Dienste erweisen und dafür sorgen, dass uns alles ein bisschen leichter fällt. Morgen am Dankeschöntag können wir uns einmal revanchieren und uns mit einem Sträuschen für alles bedanken, was wir normalerweise immer als selbstverständlich anschauen. Dankeschönstrüsse und Dankeschönrose sind morgen Morgen in allen GOP-Blumenabteilungen parat. Für jede von diesen Dankeschön-Rosen, die Sie morgen bei uns kaufen, zahlen wir zusätzlich 50 Kronen an die notleidende Bevölkerung von Somalia. Ich möchte mich jetzt schon mit dem Sträuschen bei Ihnen bedanken für das Interesse, das Sie unserer Sendung entgegenbringen. Am nächsten Mittwoch sehen Sie wie immer das Neuste bei GOP und die günstigsten Aktionsangebote. Ich möchte mich jetzt schon mit dem Sträuschen bei GOP-Blumenabteilungen parat.